Herzlich willkommen, liebe Bartocast Rezipienten, entweder da draußen an den YouTube Endgeräten oder im Bartocast in Audio. Wir haben ja schon zwei Folgen zu den Abläufen in der GWOP gehabt und heute ist die dritte uns eine, auf die ich mich tatsächlich besonders gefreut habe und wie ich mitbekommen habe, ihr da draußen auch, weil heute, glaube ich, es ein bisschen kontroverser nochmal werden wird, hoffe ich, mir zugeschaltet aus. Ich weiß gar nicht, wo ist der Sinan Kurtulus. Kurtulus musst du mir gleich sagen. Hallo Sinan, sag doch mal, wer bist du, wenn du magst, wo bist du und warum sprechen wir heute? Ja, also meinen Namen hast du, ganz am Anfang hast du ihn perfekt ausgesprochen, Sinan Kurtulus. Also sogar mit dem S hinten ist eigentlich ein Strich drunter, sieht man nur nicht. Ist mir zu aufwendig, das immer drunter zu machen. Ja, mein Name ist jetzt bekannt. Ich bin so gesehen mittlerweile YouTuber geworden. Fühlt sich immer noch komisch an, das zu sagen. Eigentlich studierter Elektroingenieur, also Elektrotechnik habe ich studiert und ja, seit paar Jahren, aber mache ich eigentlich, sagen wir mal zu 70 Prozent den YouTube-Kanal Sinans Woche und zu 30 Prozent mache ich immer noch Audio- und Videoproduktionen, wobei eigentlich fast nur noch Audioproduktionen für andere Künstler. Also ich mische sehr viel Musik ab. Das ist dann so, um mich von dem ganzen Trubel da draußen wieder so abzukapseln, dann setze ich mich ins Studio und mische Musik. Ja, das ist so, was ich mache und warum wir heute reden. Ja, du hast es ja gesagt, die GWUP, da ist seit, ich weiß gar nicht, jetzt so einem Jahr oder so oder dreiviertel Jahr. Mai mache ich. Ich glaube, seit Mai. Ja, seit Mai natürlich der große Knall, aber davor ist ja schon was passiert. Also es ist ja, der Knall kam ja nicht aus dem Nichts. Also deswegen ein bisschen auch noch davor. Genau. Und wir quatschen heute mal. Genau. Ja, du wirst ja, wer keine Ahnung hat, wovon wir reden mag, die zwei Folgen davor hören. Du wirst ja der sogenannten Anti-Walken-Fraktion zugeordnet. Bevor wir dazu kommen, warst du denn auf dieser ominösen Mitgliederversammlung, über die viel gesprochen wurde mittlerweile? Leider nicht. Also nachdem ich mitbekommen habe, was da abgegangen ist, also ich habe das alles wirklich nur über Berichte anderer mitbekommen. Deswegen kann ich zu den genauen Abläufen, ich kann mich immer nur darauf verlassen, was jemand gesagt hat. Dann hieß es auf einmal, es wurde unter anderem über mich gesprochen. Es wurde über Formate gesprochen, in denen ich mitgewirkt habe. Ganz bekannt The Boys of Reason, was ich mit Nikhil und Matzo zusammen gemacht habe. Ich selbst war aber nicht da. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Türkei. Ich habe schon wieder Urlaub gemacht. Das tut mir leid. Seelische Gesundheit, ganz, ganz wichtig. Deswegen, ich bin da mal sehr, also Urlaub muss sein. Ja, nee, ich war nicht da. Deswegen kann ich auch immer nur so über das, was da genau passiert ist, nur so viel sagen, was man mir zugetragen hat. Warst du da? Nein, ich war nicht da. Ich habe das im Nachgang alles erst gehört, wenn auch mit einem anderen Vorzeichen. Ich habe tatsächlich dieses ganze Hickhack im Vorfeld gar nicht mitbekommen. Ich hatte dann nur von dem bisherigen Vorsitzenden Amadeus Schama die Mail bekommen, dass er sich wünschen würde, dass Ruven Schäfer sein Nachfolger würde und dachte mir, ja gut, dann ist das so. Ist ja alles unspektakulär in der GWP, alles sehr lahm gewesen die letzten Jahre. Und dann kriegte ich im Nachgang mit, dass Holm Vorsitzender geworden ist und habe mich sehr gefreut, weil ich Holm sehr schätze und weil ich vor allem diesen Neuanfang in der GWP als ein Riesenchance nach wie vor sehe. Und dann kam dieser relativ schnell, nee, dann habe ich Hintergründe zum Wissenschaftsrat erfahren, habe mit allen möglichen Leuten telefoniert und dann kam die Sache, dass Holm angeblich Wokey sei. Dann habe ich erst mal relativ viel lachen müssen, musste über die Artikel in dem Rainer Rosenzweig-Verkündigungsmedium, dem HPD, lachen. Und dann habe ich auch mal mitbekommen, dass Leute das ernst meinen, mit Holm ist ein Wokey. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es jetzt richtig abgeht in der GWP, dann bin ich wieder dabei. Es passiert was und wo was passiert, bin ich gerne drin. Ja, also grundsätzlich ist ja erst mal, wenn irgendwas passiert in einem Verein, ist immer besser, als wenn gar nichts passiert, weil irgendwas will der Verein ja auch machen. Man will ja was bewirken, man will ja irgendwie auch, ja, eine gewisse, man muss ja auch eine Relevanz haben. Also wenn gar nichts mehr passiert, dann ist ja auch blöd. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das, was passiert, dann irgendwie gut oder nicht so gut oder, ja, also ich weiß gar nicht, wie wollen wir da einsteigen? Ich habe mir ein paar provokante Einstiege überlegt, die knicke ich mir aber direkt. Ich fange mal inhaltlich tatsächlich an. Ich habe diese Diskussion mitbekommen um The Boys of Reason, dass du ja mit dem Nikhil zusammen, also der Nikhil war derjenige, der in den Tokus rutschte, weil die Befürchtung oder der Eindruck einiger war, der spricht da für die GWP. So. Und ich habe mir das, ehrlich gesagt, es war mir alles zu lang. Aber ich habe es mir durchgescrollt und dann gesehen, er hat eine Bauchbinde mit GWP und dann habe ich mir gedacht und auch an einer anderen Stelle geschrieben, wir diskutieren jetzt nicht wirklich darüber, ob jemand mit einer Bauchbinde für den Zuschauer als Sprecher der GWP gilt, denn natürlich tut er das. Also wo ich ihn gefragt habe, worüber reden wir jetzt hier? Man könnte darüber reden, was er da gesagt hat oder auch nicht, wie das Format ist oder auch nicht. Aber hast du wirklich geglaubt, dass wenn der GWP in der Bauchbinde steht, irgendwer sich denkt, da steht zwar GWP, aber der spricht nicht für die? Also er drückt damit natürlich seine Zugehörigkeit zu dem Verein aus, das ist ja klar. Also, ja, ja. Ich muss, man muss jetzt sagen, was heißt sprechen? Also ist er, ist er damit Pressesprecher eines Vereins? Nee. Also. Naja, also wenn ich irgendwo aufgetaucht bin und ich habe nie als Bauchbinde GWP gehabt, sondern immer irgendwie Mitglied der GWP, dies, das. Aber wenn ich jetzt bei, keine Ahnung, ich sehe bei Anne Will jemanden dort sitzen und da steht als Bauchbinde Institut der deutschen Wirtschaft, dann gehe ich natürlich davon aus, dass die Person für das Institut der deutschen Wirtschaft spricht und nicht nur zufällig da irgendwie Mitarbeiter ist oder sowas. Ja, gut, das ist jetzt so ein bisschen die Frage mal bei der GWP. Mir ist gar nicht bewusst jetzt, wie groß ist sie? Ist sie sozusagen, also ich würde dir recht geben, wenn du jetzt da irgendwie stehen hast, weiß ich nicht, ein großer Konzern oder ein großer Verein, dann würde man davon ausgehen wahrscheinlich, dass, also gerade auch in so einem Format in einer Talkshow. Ich muss gestehen, ich, also wir haben es nicht da reingeschrieben im Sinne von, er spricht dafür. Ich kann es ja ganz kurz erklären. Also wir hatten überlegt, wie machen wir das? Wir drei, also Matze hat einen eigenen YouTube-Kanal, ich habe einen YouTube-Kanal, Nikhil hat keinen. Und dann haben wir so überlegt, ja, was könntest du denn präsentieren? Oder, ne, so hat er gesagt, ja, ich bin in dem Verein der GWP, den finde ich klasse und wir machen ja hier kritisches Denken letztlich. Das ist eh das, wofür der Verein steht. Schreib bei mir mal GWP rein. So, ob da jetzt, sage ich mal, noch drei Ebenen mitgedacht wurden seitens Nikhil? Das musst du Nikhil fragen, das weiß ich nicht. Ob das im Nachgang jetzt, also ist das besonders schlau? So wie, wenn du es schon sagst, dass es so rüberkommt, als würde man für den Verein sprechen und hat damit, aber hat ja nie die Legitimation dafür bekommen, also ist eben nicht der Pressesprecher, dann hätte ich ganz klar gesagt, besser reinschreiben, Mitglied der GWP zum Beispiel. Dass man, da könnte ich ja jetzt dich fragen nochmal, findest du denn grundsätzlich gut, dass man den Verein auch nach außen repräsentiert oder sollte man das gar nicht machen? Ich finde, die, also anders, ich finde es gut, sich nach außen zum Verein zu bekennen. Das, das habe ich ja auch in vielen Formaten getan. Und sonst ist der Verein ja auch schwachsinnig, also wenn du einen Geheimverein machst irgendwie. Ja, also auch Geheimvereine können natürlich ihren Reiz haben, aber in der Tat, generell natürlich macht man so einen Verein, um Öffentlichkeit zu erzeugen. Aber in dem Moment, wo ich den, wo ich für den Verein spreche, da würde ich erwarten, dass man entweder ein Vorstandsamt hat oder Pressesprecher ist. Aber wenn ich jetzt als Mitglied des Vereins spreche, dann, ja, würde ich, oder habe ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten der GWP gelernt, dass man sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht den Eindruck erweckt, für den Verein zu sprechen. Okay. Weil dann ruckzuck Befindlichkeiten, so wie bei euch, weil das natürlich auch nochmal eine inhaltliche Dimension hat, wo es halt immer eine inhaltliche Dimension natürlich, sonst diesen Eindruck erzeugt. Aber du klingst da so blauäugig. Ich meine, du hast ja Klickzahlen, die unfassbar hoch sind. Das hast du da nicht so... Ja, weil im Moment, The Voice of Reason war ja ein neues Projekt. Das sind ja, also, da waren die Klickzahlen, sage ich mal, zwischen 1.000 und 3.000 oder was. Ich weiß nicht, gute Videos, vielleicht 5.000. Ja. Ey, also, du kannst mich gerne blauäugig finden. Ich habe einfach nur, also, ich kann ja sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe die Grafiken gemacht. Also, ich mache das ganze Editing und so, habe ich gemacht. Und es war einfach nur die Frage im Gruppenchat bei WhatsApp. Hey, Matze, was soll ich bei dir reinschreiben? Er, schreib mal bei Skeptik rein. Niki, schreib bei mir GWP rein. Habe ich nicht, weil, ich glaube, das muss ich kurz überlegen. Ich weiß gar nicht. Irgendwann bin ich dem Verein beigetreten. Wann genau? Das war, glaube ich, irgendwie Anfang des Jahres vielleicht. Keine Ahnung. So, ich war auch anfänglich so, ich habe keine Ahnung, was das für ein Verein ist. Habe dann so geguckt, dachte mir so, ach, kritisches Denken. Die haben mich eh schon ganz häufig gefeatured in den letzten Jahren. War ja sehr prominent. War ja auch sogar als, im Skeptiker selbst, in der Zeitschrift als Interview und so. Und dann dachte ich so, klar. Und mein direkter Kontakt zu GWP war natürlich Niki. Also, Niki war ja zu dem Zeitpunkt auch schon manch im Wissenschaftsrat. Und hat mir dann immer gesagt, hier, du, so wie du das machst, so wie du denkst und so. Das passt alles sehr gut. Schreib mal bei mir GWP rein. Wenn du mir heute sagst, voll die fatale Idee oder, keine Ahnung, als vielleicht schon so Provokation oder wie könnte man das? Weißt du, ich sehe das ganz anders. Und deswegen war ich auch dieses Interview oder dieses Gespräch, ich sehe es eher als Gespräch, sehr aus. Weil ich glaube, man muss zweierlei unterscheiden. Das eine ist die Kommunikation innerhalb der GWP. Und das andere sind für mich Medien. Und du hältst für mich unter die Kategorie Medien. Und die Mechanismen, wie Medien funktionieren, sind ja andere als die, wie Kommunikation innerhalb eines Vereins läuft. Das ist ja bei dir so, das ist bei vorpolitisch so, das ist bei mir so. Klappern gehört zum Handwerk. Und insofern, ich glaube, wenn ich jetzt der Host gewesen wäre und mir hätte jemand gesagt, wir haben mal ein ganz anderes Thema. Ich spreche mit André Sebastiani über Politik. Wir sprechen, oh Gott, worüber kann man denn jetzt sprechen, ohne dass es komisch klingt. Wir sprechen über die Anpassung der Rentenformel. Und André sagt mir, setz als Bauchbinde bei mir SPD. Ja klar, dann setze ich, wenn mein Gast das will, als Bauchbinde SPD. Das heißt, ich müsste Nikhil fragen, was ihn da geritten hat. Ja, du musst zumindest noch hinzufügen gerade, du hast es da gerade so dargestellt, als wäre das mein Format gewesen. Das war es nicht. Es war Nikhil, Matze und ich zusammen, zu dritt. Wir haben es zu dritt gemacht. Das war The Boys of Reason. Das war nicht Zinans Woche. Ich weiß, aber es wurde ja schon so wahrgenommen, als wärst du der Host. Nee. Nee, 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 nee. Bei The Boys of Reason auf keinen Fall. Das ist vielleicht, kommt das in der Rückschau oder vielleicht kommt dir das so vor, weil Nikhil zum ersten Mal bei mir in der Sendungsfinanzwoche aufgetaucht ist. Wir hatten ein Gespräch dort. Daraufhin haben wir gesagt, hey, wir verstehen uns gut, wir haben interessante Themen, wir wollen dieses kritische Denken, ja, dieses Logikfehler, Fehlschlüsse und so weiter, was ja einfach das absolute Handwerkszeug ist, um sich eben Themen zu nähern, dass wir das Ganze mal aus der, ja, aus dieser philosophischen oder Betrachtung eben machen. Und dann haben wir gesagt, ey, eigentlich wäre es cool, wir haben ein eigenes Format, also ein neues Format. Und daraufhin kam The Boys of Reason. Das ist nicht von mir, das ist von Anfang an, kannst du gucken, das erste Video, da sagen wir sogar schon, meine ich, dass wir eigentlich zu dritt waren. Matze hat leider immer so einen super strengen Terminkalender, dass er direkt beim ersten planmäßigen Dreh schon nicht dabei war. Das war von Anfang an ein Projekt zu dritt und ich war nicht der Host. Ganz, ganz wichtig. Also bei Zielenswoche nehme ich das gerne an, aber The Boys of Reason war es ein Dreierprojekt. Deswegen auch, wenn ich dann frage, Jungs, was wollt ihr in euren Bauchbinden stehen haben? Da mische ich mich überhaupt nicht ein. Das ist, wenn du mir sagst, du willst da was stehen haben, also außer du hast jetzt was ganz Schlimmes da rein, dann mache ich das nicht. Aber wenn du mir dann sagst, keine Ahnung, schreib bei mir bitte rein, FDP-Fan, ja, dann schreibe ich das da rein. Wieso nicht? Das ist ja deine Entscheidung. Wir sind da dreierlei. Das Einzige, was du mir vorwerfen kannst, ist, dass ich vielleicht in dem Moment hätte fragen sollen, ja, warum? Warum soll ich da GWP reinschreiben oder so? Oder bist du offizieller Vertreter oder irgendwas? Aber das kann man dir meines Erachtens nicht vorwerfen. Also das finde ich, das meine ich mit Medien funktionieren, die Medien funktionieren. Wenn einer sagt, ich will das da stehen haben, dann packt man das rein. So, und ich meine, ich muss auch gestehen, deswegen hat mich im Nachgang diese Mitgliederversammlung auch so komplett überrascht, dass ich da auf einmal gehört habe, dass über mich gesprochen wird, dass über unsere Formate gesprochen wird und so weiter. Und was da zu dem Zeitpunkt schon innerhalb der GWP alles abging, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht mitbekommen. Ich kann dir auch nicht sagen, also ich bin jemand, ich bin sehr transparent und ich bin sehr ehrlich mit allen Informationen. Ich weiß auch nicht, was zu dem Zeitpunkt schon innerhalb der GWP für Stress war, ob Niki da schon irgendwas wusste, ob er deswegen GWP reingeschrieben hat, das weiß ich nicht. Das müsste man ihn fragen. Ich kann halt nur, wie gesagt, sagen, wir haben das Format zu dritt gestartet. Ich glaube, ich habe die ganzen alten Gruppenchats noch. Ich kann so alles, ich könnte das zeigen. Also da war kein perfider Plan oder so dahinter. Das Einzige, wenn ich sage, gut, war vielleicht, ich hätte kritischer nachfragen können. Bevor wir jetzt hier über Leute reden, die nicht dabei sind, oder ich die ganze Zeit über Leute rede, die nicht dabei sind. Tut man dir Unrecht in der GWP, so wie du es mitbekommst? Da müsste man jetzt erst mal überlegen, also wer, da frage ich dich jetzt mal wieder, wer spricht denn hier für wen? Ja, sagen wir mal, Leute wie, die ja öfter jetzt, oder zweimal ja da waren, so Leute wie Rebecca. Ja. Ich muss mal ganz kurz fragen, hat sie eigentlich, was mir immer auffällt ist, ich habe immer so ganz häufig das Gefühl, es wird so angedeutet, über wen man spricht, aber so richtig konkret wird es häufig nicht. Also außer ich, ich weiß gar nicht, also ist mein Name überhaupt mal gefallen? Ich glaube, jetzt müsste ich meine eigenen Shows geschaut haben. Ich bin sicher im Kontext von The Voice of Reason, das ist ja schon so ein Ding, an dem sich viel entzündet hat. Ansonsten jetzt nicht so nach dem Motto, der hat eine blöde Mütze oder so, aber dein Name als Name. Ich weiß es nicht, weil an vielen Stellen natürlich klar war, dass man auch über dich spricht. Und das meine ich, aber guck mal, das ist ganz häufig so. Es ist ganz häufig so, dass immer so, ja, wir wissen doch, wen wir jetzt meinen. Ja, diese, es gab diese, dann heißt es mal The Voice of Reason, das ist dann schon mal so nicht ganz klar gesagt, ja. Ich habe mir öfters gewünscht, und das habe ich auch mal in der Mailing-Liste geschrieben oder sonst auch mal so fallen gelassenen Videos, dass ich gesagt habe, ey, bevor immer irgend so ein Graune ist, bevor mal irgendwie so, ja, das ist problematisch oder, na, wollen wir nicht und so weiter. Wieso kontaktiert mich keiner? Also du hast das ja wenigstens jetzt gemacht. Du hast ja gesagt, hey, dann lass doch mal sprechen, ne. Wenn ich so problematisch sein soll, was immer so angedeutet wird, dann sprich mich doch an. Also ich bin doch kein Monster. Also du kannst doch sagen, ey, da bist du vielleicht auf dem falschen Dampfer oder ich finde, da hast du dich unglücklich ausgedrückt. Ich habe immer das Gefühl, man hat so ein bisschen auch so eine Hemmung. Ich kann das ein Stück weit auch verstehen. Wenn man jemanden nicht so kennt, dann weiß man jetzt nicht so genau, ja, kann ich den jetzt ansprechen, kann ich den oder so. Und dann ist halt der bequemere Weg, das natürlich irgendwie über Ecken zu machen. Und ja, also wenn wir jetzt mal sagen würden, du hast ja gefragt, fühle ich mich ungerecht behandelt? Dadurch, dass es eben so ein bisschen versteckt manchmal ist von der Kritik her, ist es jetzt schwer darauf sozusagen, ja klar, da hat sie mich ja voll angegriffen oder so. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich bin angesprochen worden und so weiter und man meint mich und man meint mich mit problematischen Aussagen, dann finde ich es in dem Sinne schon ein bisschen unfair, weil es halt ganz häufig wieder dieses Phänomen auftritt. Man wird politisiert, ja. Das kommt nämlich nicht von mir, das kommt auch nicht von The Voice of Reason. Wir haben Politik nie zum Thema gemacht. Wir haben über Themen gesprochen, die natürlich, weil sie relevant sind in der Gesellschaft, weil es gesellschaftliche Streitthemen sind, politisch auch aufgegriffen werden. Aber wir haben ja nie ein politisches Statement rausgegeben. Wir haben nie irgendwelche Sätze gesagt, wie so, ja, diese Grünen oder diese Linksgrünen, was weiß ich, was man ja vermuten könnte vielleicht, nie gemacht. Diese Politisierung kam nie von uns. Ich habe dein Talk ist falsch. Dieses Podium, wo du gesessen hast beim Club Voltaire in Frankfurt, ne, sitzen die ja, gesehen, das war schon politisch, was da so von euch allen gesagt wurde in Richtung, was ist schlimmer, Rechte oder Wokies, was für eine Link. Was habe ich denn auf die Frage geantwortet? Du hast auf die Frage geantwortet, dass du die Frage seltsam findest, dass du nicht der Meinung bist, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, die einen sind, ne, Kulas, das ist meine Wortwahl, die einen sind schlechter als die anderen, das kann man so nicht sagen. So impliziert hat das für mich aber so ein, naja, die sind beide auf ihre Art schlecht und dann hat jemand anders, glaube ich, danach gesagt, dass er den Eindruck hat, dass Rechte besser darin sind, doch noch Dinge zu reflektieren. Ja, wenn das die Person so sagt, dann kann die das ja so sagen. Ich bin da ganz klar in meiner Positionierung, dass ich sage, diese, diese, wer ist jetzt schlimmer, ist das böser, das böser, was weiß ich, das spiele ich nicht mit. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil, also ich mache diesen Quatsch jetzt seit drei Jahren auf YouTube und meine Motivation, der Witz ist im Übrigen, ich bin in den drei Jahren, wo ich das mache, wesentlich unpolitischer geworden, als ich es am Anfang war. Also der einzige Step, den ich gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, nachdem ich mich mit allen möglichen Themen befasst habe und dann auch gemerkt habe, je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, desto komplexer wird es und desto schwieriger ist es eigentlich, klare Antworten zu geben. Und dann merke ich, habe ich irgendwann gemerkt, dieses politische Ding daraus zu machen, zu sagen, ja, die eine Fraktion liegt da richtig und die andere falsch und dann im nächsten Schritt wäre es ja dann zu sagen, ja, die liegen eigentlich eh immer richtig und die liegen falsch. Also ich habe, da, diesbezüglich habe ich meine, meine Art, meine Sendung zu machen, komplett geändert und habe gesagt, ich will auch, ähnlich wie es Sebastian Schnelle, also vorpolitisch sagt, ich wünsche mir, dass, dass Debatten, Diskussionen wieder in den vorpolitischen Raum gebracht werden, in den Bereich, wo wir einfach mal Dinge debattieren, einfach mal auf Argumente schauen, was überzeugt, was überzeugt nicht, bevor wir uns der Frage widmen, welche Politik spiegelt jetzt gerade dieses Argument am meisten wider? So, das ist das, wofür ich mich mittlerweile stark machen möchte. Ich will, ich will gar nicht in diesen politischen Kampf rein, das interessiert mich nicht, weil, ja, also sonst könnte ich auch einer Partei beitreten und mich da stark machen, möchte ich aber auch nicht. Aber dieses Wokeness-Thema, warum ich immer noch der Meinung bin, übrigens wie Holm, dass es nicht unbedingt in die GWOP gehört, das ist doch ein so politisches Thema wie vielleicht noch die Rentenformel. Also das, das, das durchdringt ja im Moment politische Diskurse in ganz vieler Art und Weise. Also wenn, wenn Markus Söder glaubt, sich hinstellen zu müssen, um Gendern zu verbieten, dann, dann ist das ja im Herzen der Politik angelangt. Nicht, weil Markus Söder das Herz der Politik ist, aber er ist ja immerhin ein Ministerpräsident eines nicht ganz unwichtigen Landes. Ja, aber das ist ja nun mal mittlerweile einfach die politische Strategie dahinter, dass du eben sagst, okay, was sind Themen, die besonders jucken, die besonders schön die, die Emotionen in Ballung bringen. Und es ist vor allem eine Strategie, soweit ich das mitbekommen habe, so wie ich mir das von, von Sepp erklärt haben, haben lasse, dass, dass man extra die Themen besetzt, als, vor allem als von der Rechtsextremen, die genauso jucken, um eben dort auf Stumpfwang zu gehen. So, jetzt ist eben die Frage, ist das Thema damit jetzt politisch? Ja. Also kann ich, ja, aber dann kann ich ja irgendwann über keine Themen mehr sprechen, weil, das ist ja, also jedes Thema, was dann von, von Belang ist, wird politisch sofort von allen Akteuren besetzt? Und ab dem Zeitpunkt sitze ich da und sage, ja, kann ich leider nicht mehr ran. Hat sich jetzt leider die, keine Ahnung, AfD drauf gesetzt? So meine ich nicht. Also ich finde, wir müssen, oder anders, ich finde eine Debatte über Wokeness per se richtig. Ich finde auch Debatten über all die irrwitzigen Auswüchse, die man als woke bezeichnen kann oder auch nicht, finde ich auf jeden Fall wichtig. Ich frage mich halt nur seit Mai diesen Jahres, sind das Themen für die GWUP, weil wir haben uns ja beispielsweise auch, also nimm mal einen anderen Bereich, nimm mal Religion. Religion ist ein Thema, das nicht unbedingt vor Rationalität strotzt. Trotzdem haben wir Religionsunterricht in Schulen, wir haben konfessionelle Schulen, wir haben konfessionelle Arbeitgeber, Kreuze in Gerichtssälen, übrigens hier in NRW nicht. Und trotzdem sagt die GWUP nach jahrzehntelangem Diskurs, ist kein Thema für uns. Das macht die Giordano-Bruno-Stiftung, das machen die Humanisten und, und, und. Und ich frage mich einfach nur, warum müssen wir dieses Wokeness-Thema in der GWUP diskutieren? Und ich finde, ziemlich, also aus meiner Sicht ist es so, dass all die anderen spannenden Themen, die wir eigentlich seit Jahrzehnten backern, auf einmal kein Schwein mehr interessieren. Wir reden nur noch über das eine Thema, das in der GWUP spaltet. Und ich denke mir dann, Alter, wenn ich Homöopath wäre, würde ich mich momentan so kringelig lachen, weil der GWUP-Gegenwind ist auf einmal weg. Aber was ist genau dein Argument? Du sagst, das findest du doof. Oder was ist dein Argument? Mein Argument ist, Wokeness ist für mich im Kern kein Thema von Parawissenschaften oder Pseudowissenschaften, sondern ein politisches Thema und gehört deswegen diskutiert, aber nicht in der GWUP. Okay, und da würde ich jetzt dagegen halten und sagen, ich finde gerade, wenn man im Bereich, was wir jetzt auch unter diese Themen nehmen würden, zum Beispiel diese ganze Biologie-Frage mit den Geschlechtern und so weiter, ja, da sind wir nicht mehr so weit weg von Parawissenschaften, ohne mich jetzt wieder komplett unbeliebt zu machen. Das ist, ja, und dann sind wir wieder in dem Bereich auch. Gerade das ist ja das Spannende bei den, jetzt mache ich mich doppelt unbeliebt bei den Soziologen, die eben dieses Problem so ein bisschen haben, dass sie eben nicht wie die Naturwissenschaften so schön, also nicht alle Naturwissenschaften, aber also so grundsätzlich grob gesprochen jetzt, ja. Die einen, die können, also die Naturwissenschaftler können Versuche machen, die reproduzierbar sind und dann kommen Ergebnisse raus, keine Ahnung, ich lasse einen Apfel fallen und dann habe ich irgendwie die Gravitation und habe so Werte, damit kann ich arbeiten und die sind immer gleich und so weiter. Und in der Soziologie ist ja eben nun mal so, dass du, du kannst Umfragen machen, du kannst Stimmungen, also versuchen zu messen, aber du kannst sie ja nicht wirklich messen. Du musst diese Stimmungen immer im geschichtlichen und zeitlichen und örtlichen Kontext sehen. Also die Menschen verhalten sich ja nicht eben allgemeingültig wie irgendwie in den Naturwissenschaften Sachen allgemeingültig oder universell sind, sondern Menschen verhalten sich je nach Kultur eben auch unterschiedlich oder wie sie halt geprägt wurden und so weiter. Und das macht das Ganze eben so ein bisschen weicher, oder? Würdest du mir da zustimmen? Ich habe es ja mehrfach gesagt als Psychologe, wir haben uns in Bochum immer als Naturwissenschaft verstanden. Ich habe mittlerweile gelernt, dass es nicht ganz so einfach ist. Wir haben ja im Deutschen keinen, diesen Begriff Humanwissenschaften nutzen wir in Deutschland ja letztlich gar nicht. Ich habe, also, okay, wir reden ja ganz offen. Ich finde dein Naturwissenschaften-Bild verkürzt. Also die, also so ein Naturwissenschaftler misst ja auch nicht die Realität. Er macht eine Übersetzung dessen, also er operationalisiert seine Sache und misst es dann mit den drei Kriterien, Validität, Relativität und Objektivität und hat nie das gemessen eins zu eins, so wie wir Psychologen das auch nicht messen. Wenn wir Synapsengeschwindigkeiten messen oder politische Einstellungen, Persönlichkeitstypen, dann sind unsere Messungen, wenn wir sie sauber machen, in meiner Welt nicht schlechter als das, was irgendein Physiker meint zu machen. Ich habe das Gefühl, du stellst es so gegenüber, so die Naturwissenschaften messen halt sauber und direkt das, was halt da ist und wir Psychologen und nachgelagerte Kollegen in der Soziologie auch, ja, pimmeln irgendwie rum. Jetzt machst du halt, so habe ich es ja nicht gesagt. Ich habe gerade gesagt, ich formuliere es mal und habe von Weicher und Härter gesprochen und du hast es jetzt dargestellt, du hast so den, ich habe den Bereich irgendwie hier gesetzt, ja, und du hast alles genommen und hast jetzt gesagt, du sagst das und das. Das habe ich getan. In der Tat, das habe ich gemacht. Aber das ist doch nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, also meiner Wahrnehmung nach, das kann auch sein, dass ich, also ich kann mich immer irren, das ist klar, aber meiner Wahrnehmung nach ist das eine vielleicht beim Messen und Forschen dankbarer als das andere. Okay. Und da muss man dann eben auch sagen, also wieso bin ich da ursprünglich drauf gekommen, auf diese, so diese Hintergründe von Wokeness und wie das so alles passiert ist, da gab es eben diese Affäre mit diesen, mit diesen, sag ich mal, Fake-Einsendungen in der Soziologie, um zu gucken, diese Studies und dann sind die durch so ein Peer-Review-Verfahren auch durchgegangen, weil letztlich, ich gebe das jetzt alles furchtbar verkürzt und falsch wieder wahrscheinlich, aber dass da auch sozusagen etwas gegriffen hat, dass man sozusagen die eigenen Leute auch wieder fürs Peer-Review-Verfahren eingesetzt hat und das sind ja Sachen, das schaue ich mir an und ich versuche jetzt wirklich nicht irgendwie mich darüber lustig zu machen oder das hochgradig abzuwerten, aber da sind ja Sachen, wo ich mir die Frage stelle, okay, könnte es sein, dass es da vielleicht irgendwann anfängt, tatsächlich unwissenschaftlich zu werden und wenn es unwissenschaftlich wird, dann wäre ich wieder so weit, dass ich sagen würde, könnte das nicht auch ein Thema für die GWUP sein, so. Und das ist ja das, was wir bei The Boys of Reason letztlich gemacht haben. Wir haben uns solche Aussagen aus diesen Critical Studies und so weiter angeschaut und haben versucht zu prüfen, ist da vielleicht in der Methodik was merkwürdig oder gibt es etwas, was dagegen spricht und so weiter. Also wir sind ja nicht eine Sekunde, also ich habe manchmal das Gefühl, dass man die Videos auch nicht geschaut hat, sondern dass man, weiß ich nicht, wegen einem catchy Thumbnail oder so, meinte schon zu wissen, was gesagt wird. Dass man schon dachte, jetzt fangen die an wie Söder oder so. Und das ist es eben genau nicht, sondern die Idee war ja, diese Themen, wie du ja schon sagst, irgendwie du kannst dich vor denen fast gar nicht mehr retten. Sie dringen gerade in Vereine ein, sie haben das Zeug dazu, Vereine zu spalten und wir wollten hingehen und gucken, okay, was steckt denn wissenschaftlich dahinter, was sind da für Protagonisten, um welche Texte geht es überhaupt und so weiter. Ja, also ich würde gerne sagen, so ja gut, da haben wir uns aber auch ein bisschen, weiß ich nicht, aus dem Fenster gelehnt. Mir fällt nichts ein. Ich kriege ja auch nie was gesagt. Ich kriege nie gesagt, ja, da habt ihr aber übelsten Populismus verbreitet. Wo denn? Also dann möchte ich das gerne mal hören. An welcher Stelle soll das passiert sein? Lass uns mal ein Thema wirklich kurz machen, weil ich das mit meinen anderen beiden Runden schon besprochen habe, auch wenn ich persönlich dieses Thema nicht mehr hören kann, aber ich möchte deine Aussage dazu hören. Dieses, es gibt zwei Geschlechter Nummer Ding, ne? Es hinkt mir wirklich zum Halse raus. Aber ich habe von den anderen in den letzten beiden Folgen erklärt bekommen, es gibt zwei Geschlechter bei Menschen, aber es gibt andere Lebewesen mit mehr oder eben nicht zwei Geschlechtern. Und ich habe mich nach beiden Folgen gefragt, wo, wirklich, wo ist unser Dissens? Ja. Also, wenn du das so hörst, es gibt zwei Geschlechter bei Menschen und vielleicht bei Schnecken, wie das so bei Schnecken ist, ich habe so, würdest du... Ganz kurz, also ich will jetzt nicht, also mehr als zwei, was ist denn das dritte? Das habe ich nicht verstanden. Also was ist das vierte? Nein, es gibt nicht, wenn ich es richtig verstehe, es gibt nicht diese klare Abgrenzung dieser beiden Geschlechter bei Schnecken. Es ist ja so, wir müssen ja Menschen vertrauen. Und ich vertraue ja, wenn mir Biologen das so sagen, so wie in der letzten Folge der Fabian. Aber würdest du sagen, diese Aussage ist falsch? Also, du fragst mich jetzt, aber ich bin ja selber kein Biologe. Ich kann auch nur das machen, was ich spreche. Ich spreche interessanterweise mit anderen Biologen. Und ja, die sagen, das ist so gesehen, was heißt falsch, es, so weit ich das verstanden habe, ist die Frage, was das genau bringt, biologisch davon auszugehen. Weil, also meine Laienverständnis ist jetzt, dass ich das so verstanden habe, dass man Geschlecht eben erstmal, die Frage ist, was ist denn überhaupt Geschlecht? Man definiert das, bevor man irgendwie das dann anfängt zu analysieren. Und da hat man erstmal festgestellt, okay, es scheint das eine Geschlecht zu geben, was Keimzellen produziert und das andere Spermien. So, und das sorgt, letztlich geht es irgendwie immer um Fortpflanzung. So, und danach kannst du schauen, okay, die Organismen, die in der Regel Eizellen oder sowas produzieren, die entwickeln sich dann zum Beispiel in die Richtung und entwickeln natürlich auch ein gewisses Spektrum. Also, nicht jede Frau hat ja jetzt den exakt selben Hormonspiegel. Da gibt es ja von bis. Aber was dann eben gemacht wird, ist sozusagen so ein bisschen das Ganze rückwärts drehen und sagen, ach, warte mal, es gibt ja ein Spektrum von Hormonhaushalt zum Beispiel. Ja, und das gibt es auch bei Männern. Und dann ist das vielleicht alles ein Spektrum. Und so wie ich das verstanden habe, ergibt das eben keinen Sinn, weil es auch gar keinen Nutzen hat, diese Betrachtung dessen. Aber Warum diskutieren wir das? Ich habe das auch schon mal gesagt. Wir müssen natürlich zwischen Sex und Gender unterscheiden. Und ich habe das immer gesagt, es kann für mich, also mir ist egal, wie viele Sexes es gibt, also wie viele Geschlechter, es ist für mich völlig egal. Entscheidend ist ja, wie ordnen sich Menschen ihrer Geschlechtsidentität zu, wie viel Gender mag es geben. Und mir ist tatsächlich nach wie vor die Frage nach der Anzahl der Geschlechter egal. Warum, meinst du, wird das trotzdem auf beiden Seiten so hart diskutiert? Man könnte doch sagen, ganz ehrlich, scheiß drauf. Ja, sehe ich ganz genauso. Jetzt könnten wir sagen, du verstehst die eine Seite nicht, ich verstehe die andere Seite nicht, weil ich auch nicht verstehe, das habe ich von Anfang an, als ich mal das erste Video zum Thema Trans gemacht habe, habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso man darauf so pocht, dass es biologisch so sein muss. Also warum nicht einfach sagen, diese Geschlechterrollen gerne aufweichen, ja? Also wenn ein Mann einen Rock anziehen will und sich Fingernägel lackieren möchte, warum nicht? Wenn eine Frau das machen möchte, warum nicht? Also und wenn der sich dazwischen und das, weiß ich nicht, irgendwie, sich irgendwie auslebt, ja? Ich bin da wahrscheinlich ähnlich liberal wie du, soll er doch? Wo ist das Problem? Verstehe ich auch nicht. Nur jetzt komme ich genau zu dem Punkt und da streiten sie sich dann beide oder die verschiedenen Fraktionen so krass. Wieso wird versucht, das auf eine biologische Ebene zu bringen? Ich vermute, das ist jetzt meine Vermutung, ich vermute, dass man sich dadurch so eine endgültige Legitimation vielleicht erhofft. Wenn man jetzt einmal das klären könnte, biologisch gibt es so und so, dann hat man sozusagen so diesen wissenschaftlichen Approved-Stempel bekommen, so ha, jetzt ist es nicht mehr einfach nur so ein soziologisches Ding. Es ist jetzt nicht nur irgendwie, ich fühle mich so oder so, sondern wir haben es bewiesen, die Biologen, die Wissenschaft hat gezeigt, dass so, das ist so ein Satz. Spätestens seit Corona freut sich da jeder drüber. Und vielleicht ist jetzt so meine Vermutung, vielleicht erhofft man sich das davon, dass wenn man, wenn man den Kampf sozusagen gewinnt, dass man dann für das andere sich nicht mehr, dass man das andere nicht mehr erklären muss oder so, vielleicht. Das würde im Umkehrschluss, gehen wir das mal weiter, das würde im Umkehrschluss vielleicht heißen können, wir müssen die, nicht wir müssen, aber man könnte ja einfach die Sozialwissenschaften, die Humanwissenschaften ernster nehmen, dann müsste man nicht auf das dünne Eis der Naturwissenschaften gehen an der Stelle. Für diese Thematik, für die Thematik. Von mir aus gerne. Also ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie einem sagt, in was für einem, wie er zu leben hat oder wie er sich zu kleiden hat oder wie er sich fühlt. Das darf wirklich jeder machen, wie er irgendwie meint, glücklich zu werden. Also da bin ich absolut bei dir. Jetzt klingst du für mich so, das überrascht mich jetzt ein bisschen, als wärst du auch irgendwo zwischen diesen Positionen. Aber ich erlebe dich ja schon, vor allem auf Twitter, schon auch sehr gegen die sogenannte Woke-Fraktion schießend. Das ist, ich weiß gar nicht, manchmal, also, da müsste ich jetzt auch wieder fragen, woran machst du das fest? Also, weil, wenn du jetzt sagst, so, ich produziere oder was? Kann ich dir sagen, an den Leuten, mit denen du in harten Diskurs kommst. Es haben sich ja Gruppen gebildet mittlerweile. Auf der einen Seite sind, würde ich jetzt sagen, du, sind der Sebastian Schneller, also vorpolitisch. Und auf der anderen Seite zum Beispiel entgegnete Kommentarspalten und Leute, die ich auch in den letzten Shows hier hatte. Und da entsteht ja ein Bild von zwei Blöcken, die aufeinander gehen. Es ist so bekannt, dass ich absolut gegen Lagerdenken bin. Ich bin da völlig dagegen. Deswegen, also, das ist, das mag in der Außenwahrnehmung so sein, aber so denke ich persönlich überhaupt nicht. Also, ich denke nicht in irgendwelchen Fraktionen. Ich, also, man kann sich natürlich nie damit davon freimachen. Also, wenn ich jetzt irgendwie wahrscheinlich mal wieder beim Toilettengang was bei Twitter raushaue, dann vielleicht so unterbewusst schmunzle ich schon wieder und denke mir, ach komm, die kleine Provokation nehme ich noch mit. Ja, schuldig. Also, wenn es mir sehr leicht gemacht wird, sozusagen schon so Triggerpunkte zu setzen, dann, dann möchte ich diese Schuld gerne annehmen und sage, ja, das mache ich. Absolut. Also, aber wenn das der größte Vorwurf ist, ja, kein, also, ich behaupte immer noch, ich habe nichts jemals geschrieben, was, was irgendwen direkt angreift. Ich trete nicht unter die Gürtellinie und so weiter. Das Einzige, was du mir vorwerfen kannst, ist, dass ich manchmal nicht mit dem nötigen Ernst an Sachen gehe. Ja. Naja, wenn du zu ernst wärst, hätte ich dich ja nicht um das Gespräch gebeten. Naja, ich finde ja auch ein gewisses Ausmaß an Trollen, bekannterweise, gerade oft, the medium is the message. Twitter ist nicht dafür da, um elaborierte Diskussionen zu führen. Und es ist in den letzten Jahren noch immer weniger geworden. Das sehe ich halt schon so. Aber wo ist denn dann das Problem? Warum können wir uns dann nicht einfach alle in der GWOP, wir haben uns nie alle lieb gehabt, aber wieso können wir nicht? Nee, wirklich nicht. Also wirklich nicht. Es gibt Leute, die haben sich nie gemocht. Aber man hat ja so ein Gentleman's Agreement gefunden. Also ich kümmerte mich um meine Verschwörungstheorien, früher ein bisschen um die Parapsychologie. Und andere haben andere Sachen gemacht. Und warum gelingt uns das nicht im Moment? Oder ist es, also ich meine, wir haben 1800 Mitglieder. Ich sehe auf der Mitgliederliste diskutieren vielleicht so dieselben zehn Leute. Gibt es vielleicht gar kein Problem in der GWOP? Ja, es kommt darauf an, was man erwartet. Wenn man jetzt erwartet, dass sich alle einig sind, dann gibt es vielleicht doch ein Problem. Weil es sind sich nun mal nicht alle einig. Und ich habe, ich persönlich kann ja mal so viel sagen. Also ich habe, wie gesagt, vor zweieinhalb, drei Jahren mit Sinanswoche angefangen und habe am Anfang mich relativ viel halt mit Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen rund um Corona beschäftigt. Das wurde innerhalb der GWOP sehr wohlwollend oder sehr mit Freude angenommen. Also man hat mich mit warmen oder mit einer großen Umarmung irgendwie willkommen geheißen. Und dann muss ich aber auch sagen, selbst als mein Content dann zunehmend automatisch politischer wurde, war das bis zu dem Zeitpunkt interessanterweise kein Hindernis für die GWOP. Also ich konnte dann, also ich habe dann häufig auch gegen die AfD geschossen oder weiß ich nicht, sogar, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, manches fand ich sogar gar nicht mal so differenziert, sondern schon recht meinungsstark und auch in eine Richtung gehend. Und ich bin mit der Zeit differenzierter geworden. Und das war alles gar kein Problem. Erst jetzt mit den Themen, die, ja, halt diese Kultur, Kulturkampfthemen oder die gesellschaftlichen Streitthemen und so weiter, als ich die behandelt habe, dann haben ganz viele gezuckt. Und es hat sich ein, letztlich ein Protest irgendwie auch innerhalb der GWOP ist dann entstanden. Das wollte man anscheinend nicht. So. Und jetzt frage ich mich halt, wer ist denn jetzt eigentlich politisch gerade? Also wer, wer macht denn, wer ist denn jetzt, wer agiert denn gerade politisch? Wer sagt, also es wird, man möchte diese Themen nicht. Das wurde ja jetzt ganz klar gesagt, das ist auch in deinem Talk. Man möchte diese Themen nicht. Man möchte die gerne aussparen. So. Ich finde, das ist sehr politisch. In meiner Welt sind gerade alle politisch und alle sagen, man will nicht politisch sein. So. Das Woke-Thema ist in meiner Welt, habe ich ja gerade schon gesagt, ein politisches Thema. Und auf der anderen Seite ist diese Debatte da. Also ich finde dieses, wir brauchen meines Erachtens nicht drüber reden eigentlich, ob wir die Debatte führen wollen, wenn wir sie seit Mai führen mit, ich glaube mittlerweile, wahrscheinlich wirklich tausend E-Mails. So, die Debatte ist da. Das habe ich doch in meinem Video mit André Sebastiani gesagt. Ich habe gesagt jetzt, ob wir wollen oder nicht, die Debatte ist in der GWP und die werden wir auch nicht mehr los. Ja. Für mich gibt es jetzt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Und zwar, jetzt müssen wir da sachlich rangehen. Weil du kannst, was willst du denn machen? Also, oder, also, ich warte immer noch auf die Ansage des Vorstands. Sag bitte jetzt mal, also irgendwer, der für die GWP spricht, der sich berechtigterweise in die Bauchbinde GWP schreiben darf, den, der soll jetzt mal bitte sagen, gibt es Themen, die wir nicht behandeln dürfen? Das hat Holm ja gesagt, nee, dürfen? Ah, ich glaube, das ist das Ding. Dieses Dürfen, dieser Dürfenbegriff. Holm hat ja mehrfach gesagt, seines Erachtens ist Rogeness kein Thema für die GWP. Er hat jetzt natürlich nicht gesagt, und das kann er auch nicht, und das weiß er ja auch, und das will er auch nicht, so wie ich ihn kenne, GWP-Mitglieder dürfen nicht mehr darüber diskutieren, das wäre Bullshit. Aber die Frage ist, ist das ein Thema, dem sich die GWP schwerpunktmäßig widmen will? Ich habe aber an der Stelle, weil du das sagst, mit dem sachlich diskutieren, Ich habe ja nach wie vor den Eindruck, es gibt letztlich drei Fraktionen, und zwar ganz anders, und da kommen deine Diagramme wieder ganz schön rein. Es gibt zum einen diejenigen, die einfach Holm scheiße finden. Und alles andere, also Holm im Sinne von, da war doch geplant, dass nicht der gewählt wird, und außerdem hat der, wie an einer Stelle geschrieben, einen Putsch gemacht. So, das ist die eine Extremgruppe. Die andere Extremgruppe ist, das mit Holm ist mir egal, mir geht es um das Wokeness-Thema. Und dann stimmt die Schnittmenge von Leuten, die sagen, das mit Holm war scheiße, und das Wokeness-Thema war scheiße. Und ich habe das Gefühl, das geht durcheinander, dass mittlerweile eben auch Leute, die hier, die eigentlich einfach ein Problem mit der Wahl haben, dass die wissen, dass man in einem Verein wie der GWOP nicht einfach sagen darf, und du bist scheiße, weil du scheiße bist. Und deswegen dann so pseudomäßig inhaltliche Themen reingezogen werden. Und mein Eindruck ist, dass deswegen diese Debatte auch völlig unfruchtbar ist, weil ich erlebe, wenn es mal auf eine inhaltliche Ebene kommt, dort ist genau drei Mails, bis jemand auf der persönlichen Ebene fichelt, geleidigt, Dinge bewusst falsch versteht, sich an Einzelbegriffen aufzieht. Und ich glaube, da laufen Dinge durcheinander. So, aber guck mal, das ist doch interessant. Du sagst im Prinzip gerade, selbst wir als GWOP kriegen es anscheinend nicht hin, bei diesem Dilemma, in dem wir gerade sind, anständig miteinander zu reden. Und du hast zum Beispiel jetzt so Sachen gesagt wie, da geht es auf eine persönliche Ebene, also ad hominem Argument, oder du fängst an, die Personen absichtlich falsch zu verstehen, das heißt Strom ansetzen. Diese ganzen Argumentationsfehler machen wir gerade selbst. Und das ist doch peinlich eigentlich, beziehungsweise es ist auf der einen Seite peinlich, auf der anderen Seite ist es vielleicht ein bisschen menschlich. Aber wie kommen wir denn aus der Nummer raus? Und da bin ich dann tatsächlich ein bisschen selber jetzt angefasst oder genervt, weil das ist genau das, was wir bei The Voice of Reason immer wieder gesagt haben. Guckt euch die Videos doch an. Da sitzen Matze, Nickel und ich. Wir sind sowas von ruhig, selbstkritisch, versuchen uns gegenseitig, weil das in einer unserer sozusagen fast schon sportlichen Disziplinen war, zu versuchen, den anderen zu challengen. Also wenn er irgendwas gesagt hat, nochmal die Position eines vermeintlichen anderen nochmal einzunehmen, um dagegen zu halten. Das heißt, wir versuchen doch die Argumente auf ein hohes Level eben zu bringen. Wie anders als das jetzt anzugehen bei der GWP will man es denn machen? Kann ich dir sagen aus meiner Sicht. Ich glaube, dass diese Formate, aber auch das, was ich die letzten zwei Folgen gemacht habe, nichts bringen. Ich glaube, dass, und zwar deswegen, weil Leute, ja, challengen sich auf jeden Fall und kommen auf eine hohe Argumentationsebene, aber letztlich mit einem ähnlichen Mindset, was sie anerkennen und was nicht. Und meiner tiefen Überzeugung nach fehlt da auch diese ganze Atominem, diese emotionalisierte Schiene. Die fehlt. Und die ist, das predige ich seit Jahren, und das wollte nie einer in der GWP hören. Und deswegen muss ich zwischendrin schmunzeln. Das ist zutiefst menschlich. Und so laufen reale Diskurse. Und ich würde mir wünschen, dass wir öfter kontroverse Formate haben, wo Leute miteinander diskutieren müssen, die unterschiedliche Haltungen haben. Und ich glaube nach wie vor, ich sage das, glaube ich, noch tausend Mal, ich halte diese ganze E-Mail-Schreiberei für völligen Bullshit. Ja, ich auch. Das bringt uns keinen weiter. So, und ja, uns fehlen diskursive, wenn man das so nennen möchte, Formate, wo Leute einfach aufeinandertreffen. Das Problem, das ich sehe, ist, es gibt halt niemanden, der als wirklich neutraler Moderator von beiden Seiten anerkannt wird. Ja, gut. Das ist halt doof. Ja, das ist halt doof. Aber wie willst du das machen? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich selber sehe mich ja immer irgendwie als total, also ich sehe mich selber gar nicht als das, was du auch wahrnimmst oder was andere wahrnehmen. Ich sehe mich in keiner Fraktion. Ich will aber auch diesen Posten gar nicht übernehmen, weil das, wie gesagt, da würden Leute im Eck springen. Aber klar, ich denke auch, irgendeiner müsste die Moderation annehmen. Ich halte auch diese E-Mail-Schreiberei letztlich für Quatsch. Das habe ich in einer E-Mail auch mal irgendwann geschrieben. Wir können jetzt hier noch ewig weiter diskutieren. Ab einem gewissen Punkt müsste halt mal eine Ansage kommen. Ja, das habe ich eben schon mal formuliert. Ich würde gerne jetzt einfach mal wissen, will man das in der GWP, will man es nicht. Wenn man es nicht will, bestimmte Themen, wenn man Woken ist gar nicht behandeln will, also nimm zum Beispiel auch, damit das nicht wieder heißt, dieses Wort. Du kannst es auch Identitätspolitik nennen oder diese, weiß ich nicht. Also alles, was da so reinspielt. Da bräuchte man halt mal eine Ansage. Und jetzt hast du eben gesagt, Leute sollten mal miteinander diskutieren, die nicht einer Meinung sind. Ja, das müsste man sozusagen zwingendermaßen mal, dass sie sich auch gegenüber treten. Das sehe ich auch so, weil dieses, was du jetzt auch meintest, so dieses E-Mail-Schreiberei, du schreibst halt einfach so deinen Quark runter, dann fühlt es sich gut an, weil du hast halt mal ohne Widerworte, ohne Kontra, das so raushauen können. Das kannst du machen, aber das ist ja im Prinzip, ist das einfach nur ein rundenbasiertes Strategiespiel. So jeder macht seinen Angriff und dann guckt man, wie gewährt man es ab und so weiter. Aber im Grunde wirst du ja nie gezwungen, auf Direktes, Gesagtes zu reagieren. Deswegen ist das immer ein bisschen Schwachsinnig. Neben den Konfrontationen in Gesprächen mit Leuten, die unterschiedlicher Meinung sind, sollte man aber, denke ich, auch nicht vergessen, dass man auch Recherche betreiben muss. Also, dass dann die Leute, die zum Beispiel eine bestimmte Position haben, dann auch mal hingehen und recherchieren, okay, wie könnte das erklärt werden, ein bestimmtes Phänomen. Und das ist ja auch schon passiert. Also, ich meine, war das nicht SCEPCon oder so? Da habe ich einen Beitrag gesehen über das Thema Gendern. Und das war ein super Beitrag. Also 35 Minuten oder so. Was sind die Pro-Argumente? Was sind die Kontra-Argumente? Wie ist die Studienlage? Und da dachte ich mir so, ey, das ist doch gut. Also, das wäre ja auch etwas, gerade wenn wir sehen, dass diese Themen, du sagst es ja, sie sind gerade omnipräsent. Überall wird darüber gesprochen. Ich sehe das so ein bisschen als Chance für die GWOP. Natürlich nur, wenn man, wie du gerade festgestellt hast, diese ganzen Privatkriegereien einfach mal lässt. Also, da muss man irgendwann, muss jeder dem anderen auch irgendwie einfach mal verzeihen und sagen, was heißt verzeihen? Man muss einfach mal einen Nullpunkt setzen und sagen, so, jetzt ist das Thema Wahl und so weiter, Vorstandswahl und so ist jetzt einfach mal gegessen und jetzt fangen wir hier an und jetzt konstruktiv, ne? So würde ich das halt angehen, dass ich sagen würde, wir können nicht ewig über alte Sachen reden. Und dann muss man eben schauen, wer kann Beiträge leisten in Form von Schriften, in Form von, weiß ich nicht, Videobeiträgen und dann können in weiteren Schritten sozusagen über diese verfassten Beiträge kann dann diskutiert werden. Und wenn man das auf einer anständigen Ebene eben mal macht und es tatsächlich mal schafft, diese persönlichen Angriffe außen vor zu lassen, dann wäre das für mich, wäre das für mich ja ein schönes Zeichen nach außen. Aber weißt du, was sein kann, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht haben wir in der GWOP momentan eine Situation, die wir noch nie hatten und zwar folgende. Normalerweise, so wie ich die GWOP erlebt habe, zu 95 Prozent war es ja so, wenn es irgendeine Thematik gab, dann hatten wir irgendwelche Experten in den eigenen Reihen, die dann Dinge dargelegt haben und denen alle vertraut haben. Was ich jetzt erlebe, ist, dass wir keine Experten mehr haben, denen vereinsweit vertraut wird. Ich erlebe das, wenn Rebecca bei mir im Talk irgendwelche Quellen benennt und zu den Quellen ausführt. Jetzt lassen wir uns wirklich nicht auf die Einzelquellen schauen, sondern nur das Prinzip. Sie benennt irgendwelche Quellen, sie ordnet Quellen so und so ein. Ich bin nicht in der Thematik drin. Das finde ich kann auch, meines Erachtens kann das auch nicht der Anspruch sein, dass jeder in jeder Thematik drin ist. Ich nehme das an, so wie das immer in der GWOP Usus war und dann sehe ich, dass andere GWOPler sagen, nee, diese Quellen sind aber nicht so, wie sie die darlegt. Und vielleicht ist das momentan das Problem. Wir haben, wir vertrauen, wir haben niemanden, dem wir mit Blick auf diese Fachgebiete vertrauen. Also wenn ich zum Beispiel was ausführe darüber, wie allgemeinpsychologische Effekte bei Verschwörungstheorien sind, dann wird man mir vertrauen. Bei dem ganzen Bereich Wokeness vertrauen wir einander nirgends mehr. Ja gut. Und das ist neu. Aber, ja, und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Phänomen, das wir seit Corona haben. Da fing das dann, glaube ich, also da würde ich das nämlich auch so sagen, dass wir hatten anfänglich Experten, die uns Folgendes gesagt haben. Und dann hat man zum Beispiel gesehen, dass die Epidemiologen oder so teilweise eben sehr unterschiedliche, zu sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Auch die Virologen kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ich nehme jetzt mal weg, ich rede nicht von Leuten, die irgendwie sagen, es gibt keine Viren und das ist, ne, also, nur damit es jetzt nicht wieder heißt, ich würde hier irgendwie, ja, man muss ja mal aufpassen, was Leute verstehen wollen. Aber da war es ja einfach auch nicht so eindeutig. War ja nicht so. Also es gab... Weil es ein neues Forschungsgebiet war, ne? Es war neu und wann immer man im Neuen forscht, wird schnell etwas, muss man schneller etwas verwerfen, als wenn man jetzt so eine Sache betrachtet, wie die, keine Ahnung, die Erdbeschleunigung oder so. Ja, ja, genau. Die haben wir über Jahrzehnte und wahrscheinlich Jahrhunderte gemessen bei Corona. Wir wussten einfach nicht Bescheid. So, und dann hast du auch die einen Epidemiologen, also ich habe immer, ich habe mir auch fleißig den Drosten-Podcast angehört und irgendwann gab es einen Podcast von ihm, wo er tatsächlich sagte, ja, wir werden weitere hunderttausend Tote haben. So, das war auch dann, wurde dann zu einer Schlagzeile. Und er war, er war sich absolut sicher dessen und die kamen nicht. Und, also diese Toten. Und dann gab es natürlich irgendwelche Nebeneffekte. Ja, das ist dann irgendwie immer blöd. Aber dann stehst du da und denkst dann so, hm, ja, weiß ich nicht. Dann höre ich doch auch nochmal dem Experten zu, weil der sagt vielleicht, der gibt eine niedrigere Prognose ab oder eine andere Prognose. Und auf einmal zoffen wir uns alle und du hast jetzt eben gesagt, wir vertrauen nicht mehr den Experten. Ja, aber bei manchen Themen ist es eben nicht so einfach. Und ich glaube, das sehen wir jetzt bei der, bei der GBUP. Ich meine, wir können die Themen ja mal durchgehen. Das war einmal Wokeness, das war dieses ABA, das war Atom. Und das waren, glaube ich, die drei. Ja, wobei, also ja, aber ich sehe anders. Bei dem Atomthema zum Beispiel habe ich keinen Dissens in der GWUP wahrgenommen mit Blick auf die Faktenlage. Ich habe keinen Gruppi erlebt, der gesagt hat, nee, fürs Klima ist es besser, wenn wir jetzt sofort aus der Atomenergie aussteigen. Das habe ich nicht erlebt. Ich habe erlebt, dass Leute sich an zweierlei gerieben haben. Zum einen daran, dass man daraus eine politische Unterstützung gemacht hat. Und zum anderen, was mir sehr spätklar wurde, dass die, ich vergesse immer ihren Namen, die Wendland, die heißt Vero, irgendwas, Wendland, dass die halt im Skeptiker publiziert hat. Tatsächlich habe ich das gar nicht wahrgenommen, aber habe mich im Nachgang darüber auch sehr aufgeregt, echauffiert bis hin an den Grenzen der legalen kurz vor der Beleidigung gegangen. So, das sehe ich auch nach wie vor so. Aber der Umstand als solcher, dass Kernenergie besser ist als Kohlekraft, hast du das Gefühl gehabt, das war strittig? Nee, also ich muss auch sagen, ich bin da nicht so weit im Thema. Ich wusste nur, dass es ein Streitthema ist. Auch. Und das, offensichtlich scheint es so, wir haben Themen, wo es eben, wo es uns nicht mehr so einfach gemacht wird, wie jetzt bei sehr leicht zu entlarvenden Verschwörungstheorien oder so. Ja, so und das ist ja nun mal so, je bekloppt da die Theorie oder so, ich sage es jetzt mal ganz salopp, dann ist es einfach, das zu debunken, dann könnte man sagen, ist es für die für die GWOP ein leicht zu bespielendes Feld. Wenn wir aber jetzt Bereiche haben, wo die Aussagen eben nicht mehr so klar sind, dann könnte es ja sein, dass man eben nicht mehr so einen einfachen, ja so einen Hinweis oder so eine fertige Aussage hinknallen kann. Und jetzt ist aber die spannende Frage, was machen wir da raus? Und da erlebe ich eben, wenn man jetzt genau, das ist ja das, was wir gemacht haben, wir gehen in Themen, die jetzt so aufploppen und versuchen da mal ranzugehen und zu gucken, wie sieht das aus? Dann wird das für manche ungemütlich, weil es könnte eben dann die jeweiligen politischen Lagern in die Hände spielen, je nachdem, was dabei rauskommt. So. Und ich denke mir dann immer, ja gut, wir haben jetzt zwei Optionen. Wir können sagen, entweder erstens, wir lassen die Finger weg von Themen, wo wir, wo es einfach nicht mehr so einfach wird. So, dann haben wir dieses, der eine Experte sagt so, der andere so, okay, kein Thema für die GWOP. Fände ich ein bisschen schade, weil dann hat die GWOP so ein bisschen die Gefahr, dass sie irgendwann ja unwichtig wird, die Relevanz verliert, weil so ein bisschen, also du kannst jetzt sagen, Homöopathie war immer so ein Dauerbrenner der GWOP, aber mehr oder weniger ist meine Wahrnehmung, die Geschichte ist auch auserzählt. Also hat man eigentlich... Müsste man andere Leute fragen? Weiß ich nicht. Oder zum Beispiel, André macht seit Jahrzehnten Waldorf in meiner Welt ist das Thema auch durch, aber in der Realität wohl nicht. Also ich meine, wir haben hier ein Herr mit einem riesen Waldorfschule. Ich verstehe, was du meinst. Also wenn man... Die breiten Wirkung, die breiten Wirkung der Woken-Themen ist eine andere als Homöopathie, Energiesteine, Lizard People, Reptilien, Aliens. Das ist natürlich nicht so breit. Da bin ich bei dir, ja. So und wenn du jetzt noch mein beliebtes Beispiel in dem Haus so irgendwie Flacherdler, ja. Ist ein lustiges Thema, kann man viel, weiß ich nicht, kann man super viel und einfach debanken, hat aber ehrlich gesagt für uns keine Relevanz. Also hat für die Menschen so gesehen keine Relevanz, weil wirklich niemand darüber ernsthaft schreitet, der jetzt irgendwie, also zumindest in meiner Welt, nehme ich nicht wahr, dass darüber gestritten wird. Aber zum Beispiel könnte ja Reichsbürger und Antisemitismus, finde ich, sind... Aber da merkst du, wenn man Hammer ist, ist jedes Problem ein Nagel. Für mich ist das dringendste Problem gar nicht diese ganze Woken-Thematik, auf die ich ja nie Bock hatte, aber sie eben mache, weil ich es spannend finde, mit Leuten zu diskutieren. Für mich ist ja das Riesenthema Antisemitismus. Wir haben eben in Ostdeutschland ganze Bundesländer, die an rechtsradikale, Rechtsextreme gefallen, drohen. Wir haben einen Riesen-Antisemitismus in Folge des 7. Oktober erlebt. Ja, da gibt es auch irre Auswüchse unter Leuten, die man als Vogue bezeichnen kann. Aber das Problem an sich liegt für mich viel tiefer. Und ich fand das spannend, als ich in der Mailing-Liste den halb ernst, halb nicht ernst gemachten Vorschlag machte. Dann lass uns doch mal auf den Antisemitismus der UNO schauen und wie der begründet ist und dann irgendwie niemand so recht an das Thema ran wollte. Und ich mir dachte, naja, ich halte das für wesentlich relevanter als die Frage, wie man jetzt wo gendert oder wie viele Geschlechter Schnecken haben. Ja, also letztlich, du stellst jetzt die Relevanzfrage, die hast du schon mehrfach durchblicken lassen. Ich finde die immer ein bisschen schwierig, weil mit der Relevanzfrage kann ich so gesehen fast jedes Thema kleiner machen. Ja. Ich kann immer sagen, ja gut, aber was ist das jetzt eigentlich wichtig im Rahmen des Klimawandels? Aber du stellst ja auch die Breitenfrage. Es ist nicht so ganz weit weg von der Relevanzfrage, oder? Ja, also wenn du, ich habe gesagt, wenn die GWP sich nur mit den einfachen, zu bespielenden und schon durchgespielten Feldern beschäftigt, dann sehe ich die Gefahr, dass sie nicht mehr so relevant sein wird. Außer, weiß ich nicht, Waldorf oder Homöopathie kriegt nochmal gerade einen Höhenflug und die nächste Regierung hat irgendwie vor, Homöopathie nochmal schön irgendwie in Gesetze reinfließen zu lassen. Dann würde ich sagen, dann geht aber nochmal ein Alarmknopf hoch und dann sollte die GWP nochmal alles mobilisieren. Aktuell sehe ich das nicht, weil in meiner Wahrnehmung ist es so, dass das bei Homöopathie zum Beispiel, aber das weiß ich halt jetzt nicht, das ist nur meine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist, dass die Leute gecheckt haben, dass das eben nicht aus, nicht mehr als den Placebo-Effekt eben bewirken kann. Auch der Placebo-Effekt bewirkt etwas. Wenn du so einem glaubst, mach es ruhig, aber es hat halt keine, es ist halt, in Doppelblindstudien hat es noch nie eine Wirkung nachweisen können. So, dieses Wissen sehe ich aktuell breit, sehe ich verbreitet. Ne, so, deswegen, also ich sage nicht, dass du deswegen das Thema nicht behandeln darfst, aber ich sehe, deswegen glaube ich halt, dass es gerade schon für die GWP vielleicht auch so ein Zeitpunkt wäre, neuere, spannende Themen zu beackern. Jetzt möchte ich aber noch auf eine Sache eingehen, du hast eben gesagt, du findest ja diese Relevanzfrage, Antisemitismus und Reichsbürger und so findest du doch viel dramatischer, warum nicht das? Und jetzt komme ich halt zu einem Punkt, nach dem, was ich so seit einem Jahr ungefähr mache, ist eine meiner Thesen, dass man durch die woke Bewegung letztlich den rechtsextremen Munition liefert. Und jetzt kannst du mir sagen, ist ein steiler Move von mir, aber wenn ich das kritisiere inhaltlich, dann hat das bei mir immer den Grund, dass ich sage, ich empfehle oder ich wünsche mir eine Erkenntnis darüber, damit man es rechtsextrem nicht so einfach macht. Weil das ist sozusagen meine Wahrnehmung. Also ich habe mich viel ja auch mit rechtsextremen Kreisen auch beschäftigt, habe mich dort mal umgeschaut, was da so passiert. Und die nehmen ja jeden Elfmeter aus diesen Kreisen einfach an. Und dann denke ich mir, das kann doch, also ich sehe da wirklich eine Gefahr. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, weil ich bin kein Fan von Panikmacher oder Gefahren. Das ist nicht mein Stil. Ich sehe, ich habe eine leichte Sorge, wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung oder so schon Woke-Themen sozusagen einfließen lässt, dass man es dann zunehmend einer AfD sehr, sehr einfach macht, Position zu beziehen und dafür sehr, sehr viel Beifall und Stimmen wieder in großen Teilen der Bevölkerung zu bekommen. Und das ist, vielleicht ist das von mir ein starker Ansatz zu sagen, ich versuche erstmal irgendwie die vernünftigen Leute zu erreichen und sagen, ey, bremst euch mal ein bisschen. Wenn ihr immer weiter nur fordert, erziehen wollt und so weiter, dann kann es sein, dass das aufgrund von Reaktanz ins Umgekehrte schlägt und so weiter. Nur ich möchte damit klar machen, meine Kritik ist ja nicht, dass ich sage, links ist so scheiße, sondern meine Kritik ist, ich habe das Gefühl, das stärkt die Rechten. Ich merke gerade, da haben wir einen grundverschiedenen Ansatz. Mein Ansatz geht dahin zweierlei. Zum einen vertrete ich seit Jahren, ich möchte mein Agenda-Setting nicht abhängig machen von Extremen und Radikalen. Die AfD nutzt egal welches, das ist meine tiefe Überzeugung und meine Wahrnehmung, wobei ich meine Überzeugung aufgrund der Wahrnehmung hoffentlich gebildet habe. Die AfD nutzt jedes Thema, um rumzuheulen. Und zwar hat sie Themen, bei denen tatsächlich Dinge so gesagt wurden, wie sie es behauptet, dann wird rumgeopfert und Dinge sind nie so gelaufen, wie die AfD das gesagt hat und es wird trotzdem rumgeopfert. Und ich glaube, meiner Überzeugung nach ist es falsch, so zu tun, als müssten wir darauf schauen, wo rumgeopfert wird in dem Bereich. Also mir ist so völlig egal, was die AfD wie nimmt, weil ihre Wähler es immer so drehen werden, wie sie es wollen. Und der zweite Aspekt, ich finde auch, der Staat, um das mal vorweg zu schieben, der Staat ist nicht dafür da, den Bürger zu erziehen. So, das ist nicht Aufgabe des Staates in meiner Welt. Aber man kann sehr wohl der Meinung sein, der Staat ist dafür da, um Diskriminierung zu verringern. Und wenn der Staat das tun will und ich finde es, also die Idee finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht, dann ist die Grenze zu dem, was man Erziehung nennt, aber sehr gering. Also wenn wir zum Beispiel mitbekommen, Menschen mit Migrations- oder mit einem Nachnamen, der nach Migrationshintergrund klingt, die kriegen schlechter eine Bude, dann ist das Diskriminierung. Und dann ist das natürlich, ich weiß, dass du das auch so siehst, ist das natürlich scheiße. Und wenn wir jetzt darauf drängen, dass das anders, oder dass das sichtbar wird, um mal diesen Begriff zu nehmen, dass da Diskriminierung stattfindet, dann wird natürlich die AfD rumheulen, blö, die Türken sollen jetzt alle unsere Wohnungen kriegen, bla, 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 so. Und dann werden in Thüringen Leute sagen, ja genau, die Türken kommen hier aufs Land und klauen alle unsere Wohnungen. Aber das ist doch nicht der Aspekt, auf den ich schaue. Das ist mir dann einfach schlicht egal, weil ich weiß, die Türken klauen gar nicht alle unsere Wohnungen und darum geht es auch nicht. Ja, aber da bist du mir ja gar nicht weit weg. Also das ist ja genau, was ich auch in meiner Sendung häufig sage. Meine Kritik auch an diesen Kulturkampfthemen ist, dass sie an so essentiellen und wichtigen Fragen vorbeigeht. Ja, dass sie genau wie du sagst, dass du mit einem ausländisch klingenden Namen immer noch schwerer eine Wohnung kriegst und dass man sich da mal Gedanken machen sollte und dass die Chancengleichheit eben total unterschiedlich nach wie vor ist. Das sind urlinke Themen, bin ich absolut dabei, sollte man angehen. Wenn ich dann aber miterlebe, dass wir halt eben nicht uns darum kümmern, sondern dass wir dann solche Sachen haben, wie Wörter nicht mehr benutzen sollen, weil das irgendwie retraumatisierend sein kann. Wir ständig versuchen, die Welt eben nicht vor Diskriminierung, also nicht die Diskriminierung runterschrauben, sondern ich, was ich ganz viel wahrnehme, ist dann eben so versuche, die Welt mit Schaumstoff auszukleiden, damit bloß keiner mehr irgendwie getriggert oder verletzt oder irgendwas ist. Und da denke ich mir dann, also das sind für mich die Punkte, das geht an der Realität vorbei und wenn du an der Realität vorbei argumentierst, das sind die Elfmeter, die ich meine, die dann Opposition oder Leute, die eigentlich was anderes im Schilde führen, die irgendwie ihre, weiß ich nicht, völkisch-rechte Ideologie ins Volk sickern lassen wollen, das sind die Elfmeter, die sie nehmen. Wenn du wirklich die Themen ansprichst, wie Kinderarmut, wie ungleiche, also Vermögensverteilung und so weiter, absolut, ja, ramm da an die Themen, bitte, bitte, bitte. Aber das ist dann, letztlich stelle ich dann dieselbe Frage wie du und sage, ich mache eine Relevanzfrage auch irgendwo und sage, ist das überhaupt, sind das jetzt Themen, die ich besprochen haben möchte? Und dann muss ich, will ich halt was dagegen sagen und was Interessante ist aber auch hier wieder, ich sage ja nicht einfach nur, ha, 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 ist voll schwachsinnig, weil, muss man ganz klar sagen, Woke-Comedy ist gerade am Boomen, ja, also das ist, sich über diese Hyper-Empfindlichkeit lustig machen, funktioniert wunderbar, passiert, kann man machen, aber das ist gar nicht der Bereich, den ich ja zum Beispiel mit The Voice of Reason oder Sinans Woche gemacht habe, sondern ich bin ja wirklich dann nochmal einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, okay, wie funktioniert es überhaupt? Also man hat ja da irgendwie so eine gewisse Utopie erschaffen oder so eine Idee erschaffen, wir müssen ein bisschen Sprache ändern, wir müssen da auch für mehr Awareness sorgen und Sichtbarkeit schaffen und dann entstehen die guten Dinge, dann entsteht das automatisch und ich habe bisher nicht gesehen, wie das funktionieren soll, das heißt, ich weiß nicht, man wirft mir dann immer vor, so ja, jetzt hat er sich wieder lustig gemacht, ja, meine Güte, dividier das halt mal kurz raus, vergiss das, ja, ich glaube auch, dass viele sich einfach an meiner Art stören und so, kann ich auch verstehen, ändert aber nichts an meinen Punkten, an den Argumenten, so. Bevor der Rezipient jetzt irritiert ist, dass ich ja an einer Stelle nicht widersprochen habe, das Thema Ungleichverteilung von Vermögen ist sicherlich keines, das ich für relevant halten würde mit Blick auf meine politische Ausrichtung, aber das nur ganz kurz eingeworfen, bevor der Rezipient sich denkt, mein Gott, wann ist denn der Bartoschek so weit nach links gerückt? Keine Sorge, meine Lieben, da bin ich mit Sinan im Dissens. Ich kann viele andere Punkte tatsächlich verstehen, also vor allem dieses, nur weil ich mir die Welt schön wünsche, wird sie ja nicht schön. So, das ist ja so eine Erkenntnis, die ich mitnehme, und nur weil ich anders über die Welt rede, wird die Welt auch nicht anders. Ich benenne immer das Beispiel, ich arbeite ja schon lange im Kinder- und Jugendhilfebereich, ganz zu Beginn gab es eine Schulform, die hieß Hilfsschule, dann hieß sie Sonderschule, jetzt heißt sie Förderschule. Die Diskriminierung, die die Schülerinnen und Schüler von da erfahren, sind dieselben geblieben. Der Begriff hat sich geändert. Euphemismus-Tretmühle. Ja, es ist halt immer noch nicht so, dass man sagen würde, oh, du hast einen Förderschulabschluss, dann kannst du bei mir anfangen. Das ist nun mal nicht so. Andererseits habe ich im letzten Gespräch, da haben wir ja wieder über das N und Z und all diese Wörter gesprochen, und was ich einen spannenden Punkt finde, den Fabian gemacht hat, und jetzt können mich wieder die üblichen Leute hier drunter kritisieren, weil ich es jetzt benutzen werde, er fragte ja, wo hast du denn die Notwendigkeit, Neger zu sagen? Und da habe ich nachgedacht, und mir wurde klar, eigentlich nie. Also eigentlich brauchen wir dieses Wort ja nicht. Aber also warum diskutieren wir dann so leidenschaftlich darüber, obwohl ja niemand von den Vernünftigen den Begriff benutzen wird? Ja, meiner Meinung nach diskutieren wir so blödsinnig darüber, weil man zu viel fordert. Weil man eben nicht fordert, ja, also die Standardforderung, wo ich sagen würde, wo wirklich jeder vernünftige Mensch mitgehen würde, ist doch, zu sagen, soweit es geht, benutze es nicht, also das Wort, dann, wenn du eine Person siehst, oder benutze es niemals direkt als Bezeichnung, weil es als Beleidigung verstanden werden könnte, absolut klar. Ja. Und dann würdest du noch sagen, und selbstverständlich im Zitat und geschichtlichen Kontext oder im Rahmen einer fiktionalen Geschichte, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich eine Geschichte erzählen möchte und ich erzähle die Geschichte von der Sklaverei oder so, dann darf dieses Wort natürlich darin vorkommen. Es darf ständig vorkommen, wenn du genau das damit zeigen möchtest. So, wenn wir das so hinstellen würden, dann gäbe es die Diskussion meiner Meinung nach nicht. Aber das hat ja Rebecca letztes Mal fast genau so gesagt. Sie weiß doch nicht. Nee, und dann, ja, und dann habe ich doch in meiner Sendung gezeigt, dass in den Tagesthemen, ja, das Thema auf einmal aufkam, weil eine Deutschlehrerin mit, ich würde mal schätzen, so irgendwie ein Elternteil afrikanischer Wurzeln oder so, sich weigerte, ein Buch zu behandeln. Sie war Deutschlehrerin im Deutsch-LK, das Buch zu behandeln, weil das Wort darin vorkommt. Und es ging irgendwie um das Buch irgendwas mit Tauben. Ich vergesse mal den Titel. Und also es ist auch in dieser Geschichte, das hatte ich dann nachher noch extra nachgeguckt, in dieser Geschichte kommt das Wort nicht vor im Sinne von Haha, total unnötig, sondern es ist im geschichtlichen Kontext da drin. Also es ist aus der Zeit. Und es passt, es gehört da eben rein. Und dann wird in den Tagesthemen, ja, bei öffentlich-rechtlich prominent zur Primetime darüber gesprochen, sie haben das Wort in den Tagesthemen nicht gesagt. Sie haben so einen komischen Workaround gefunden, dass sie es N-Wort genannt haben, aber dann so mit der Kamera so ins Buch gefilmt. Und da war das Wort dann so zu sehen, wo ich schon so dachte, das hat so eine merkwürdige, also das ist schon so, man beugt sich dem schon so ein bisschen. Und das ist dann, wo ich sage, damit tut ihr euch keinen Gefallen, weil jetzt werdet ihr im Prinzip Leute darauf aufmerksam machen, die dann irgendwann sagen, hey, was soll das? Das ist ein ganz normales Buch. Es gehörte zu den Lektüren, die im Deutsch-LK nun mal gelesen wurden und jetzt weigert sie sich und sie wurde dann für die Betreuung der Abiturienten freigestellt. Und dann sage ich, okay, dann scheint das Thema irgendwie sogar schon eine so krasse Relevanz zu haben, dass man sich als Lehrer weigern kann, es Bücher zu besprechen. Es findet in den Tagesthemen statt und da sind wir eben weit darüber hinaus, dass wir einfach sagen würden, nicht als Beleidigung benutzen und wenn es geht, nicht benutzen, ansonsten bitte doch. Da sind wir drüber. Und dann kommt es meiner Meinung nach die Widerworte. Aber ich will sie nicht verteidigen, weil das kann sie selber besser, aber wenn ich, also, nehmen wir mal weg von der Hochliteratur mehr in das, was mittlerweile man berittet ist. Django Unchained, so, kennen glaube ich viele. Natürlich fällt da das Wort andauernd. Alles andere wäre mit Blick auf die Thematik total daneben, auf jeden Fall. Ich habe nur, ich frage mich nach meinen letzten beiden Gesprächsrunden, aber zunehmend, ob wir die Homogenität dieser Woken-Gruppe total überschätzen, weil wir nicht Teil dieser Gruppe sind und das viel heterogener ist. Weil zum Beispiel, als ich letztes Mal diese ganze Postcolonial Studies-Kacke mit Blick auf Israel diskutiert habe, sahen alle, wie sie da saßen, fanden das ja doof und sagten, ja, es gibt diese Spinner, das haben sie so nicht gesagt, ich verruf mich wieder zu, es gibt diese Spinner, die da jetzt für Palästina, from the river to the sea, oder wie auch immer, die meinen, das nennen zu müssen, sind, Aber das sind Extremmeinungen, die in der Wissenschaft keinen Widerhalt finden. Und meine Erfahrung ist ja die, ich ordne mich ja meist weder der Linken noch der Rechten zu und für mich sahen solche Gruppen immer sehr homogen aus, in denen ich nicht Mitglied war. Also zum Beispiel Sebastian Weiermann, linksradikaler Autor, auch bei uns Ruhrbaronen, den ich sehr, sehr mag, hat mir mal dargelegt, wie weit das linke Spektrum ist, so von bis, was für mich von außen betrachtet, als Liberaler oder Libertärer, ganz eng und klar war und andersrum genauso. Dass er dann sagte, naja, ihr Libertäre, ihr wollt ja alle, und dann kam so, was wir nicht alles angeblich wollen und wie asozial wir alle sind. Und dann wurde ihm auch klar, das Spektrum ist heterogener. Mein Punkt, den ich versuche zu machen, kann es sein, dass die Homogenität der Woken-Blase maßlos überschätzt wird? Sehr wahrscheinlich. So wie du es gerade gesagt hast, ist eben, also jede, welche Gruppe ist schon so, vielleicht so Kleinstgruppen, die sich komplett schon auch eingesporen haben, die komplett in ihrer Ideologie sind, wo wirklich jedes Verhalten schon sozusagen aufgeschrieben und nach Regeln gilt. Aber ansonsten, auch da kann ich auch die Kritik verstehen, dass Leute sagen, sprich nicht von irgendeiner Woke-Ideologie, weil, wo ist denn die Ideologie? Wo ist das niedergeschrieben? Es gibt nicht das heilige Buch der Woke-Histen, wonach alle leben und streben. Das ist so. Deswegen wird es natürlich ein heterogenes Spektrum geben in diesem Bereich. Und es wird Leute geben, die werden bezüglich der Worte, die wir nicht sagen wollen, die werden eher so eine Haltung haben, so, ja, darauf haben wir uns doch geeinigt und so weiter. Ich sehe das genauso. Nur dann frage ich mich halt, was ist denn dann mit so Beiträgen, die genau sowas propagieren? Also die jetzt genau wie Tagesthemen, die das dann eben so darstellen, das Wort nicht mehr sagen. Was machen wir damit? Wenn ich mir Social Media angucke, die ganzen Kanäle, Funk, WDR, Cosmo, 1Live, die hauen das Zeug jeden Tag und zwar nicht kritisch raus, sondern als, das ist die neue Erkenntnis. Bitte sprich gendersensibel, hab darauf Rücksicht, tu das. Und das sind nicht Angebote, das sind nicht, wir haben hier mal so, hey, was haltet ihr davon? Nein, das sind ganz klare Verhaltens, sozusagen Empfehlungen. Und meinetwegen ist diese Gruppe, oder wenn du sagst, mit Rebecca oder so, mit der du gesprochen hast, die sieht das ja so ähnlich, ja, dann hab ich doch gar kein Problem. Aber wieso, also dann hat man aber auch kein Problem mit mir, glaube ich, oder? Also das verstehe ich dann nicht. Wo, also ich hab ja auch kein Problem mit den Personen. Man muss ja mal realisieren, also man muss ja auch mal ehrlich sein, man hat ein Problem mit mir. Man hat ein Problem mit The Voice of Reason. Man sagt uns aber nicht, wo konkret. Zum Beispiel, diese Worte, die wir angeblich nicht mehr sagen sollen, sind bei The Voice of Reason nie gefallen. Also jedes deiner Videos ist problematischer als eines von unseren. Wir haben, so, das ist genau, was du, was du sagst, ja, wird ja eben gemacht. Also wir sind dann irgendwie die Anti-Woke-Kisten und wir werden dann in dieselbe Gruppe gesteckt und das ist doch genau, was ich kritisiere. Ich sage, das muss aufhören. Ich möchte Teile kritisieren können, ich möchte aber auch manche Teile dann zustimmen können und ich kann nur hingehen und das kleinteilig machen und deswegen werde ich auch nicht hingehen, also du hast es ja schon eingeleitet mit Holm-Hümmler sei ein Wokey. Ich benutze sowas nicht, ich sage sowas nicht. Und wenn ich es mal irgendwie sage, dann möchte ich es mir auch gerne abtrainieren, weil genau diese Labelung von Leuten, so, das ist doch schon, damit fängt es doch schon an. Du hast eben gesagt, man geht von einer homogenen Masse aus. Wann geht man davon aus? Wenn du dem Ding einen Namen gibst. So, wenn du der Gruppe, der vermeintlichen Gruppe einen Namen gibst. dann lassen wir das meinetwegen. Ich will das, ich will das gar nicht machen. Mich interessiert das nicht. Mich interessieren Phänomene, mich interessiert, was steckt dahinter. Mich interessiert, kann das, was man sich zum Beispiel da vorstellt, wirklich funktionieren? Das ist, was mich interessiert. Oh, ich muss dir einen mitgeben. Übrigens, dieses Phänomen, das du bestätigen hast, haben die Soziologen sehr schön rausgearbeitet und nennen es Othering. So. Ja. Ich sehe gerade, es ist ein ganz anderes Thema. Es ist ganz schön dunkel geworden. Meine Güte, ich sitze ja hier so wie so ein Mephisto. Naja, aber das nur ganz am Rande. Ja, aber das heißt, nee, ich frage noch mal ganz, um das mal ganz klar zu hören. Hast du das Gefühl, wir haben die durchgeschepperten Wokies in der GWOP? Ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt nicht, ja, weil ich aus Recherchegründen vielen folge, also ich folge Leuten, die man jetzt mal wirklich komplett so bezeichnen würde, die sind ihnen komplett in den Intersektional-Sumpf reingefallen, die haben das aufgesogen mit jeder Pore. Da kommen ganz andere Sachen am Ende raus. Da sitzt du nur noch mit Facepalm vorm Handy und denkst, das kann der jetzt nicht ernst sein. Ich glaube nicht, dass wir solche Leute in der GWOP haben. Ich vermisse ein bisschen eine kritische Betrachtung, der dieser, auch diese, wohin das eben führen kann. Das vermisse ich vielleicht so ein bisschen, dass man das nicht immer alles so abtut. Wir können das Spielchen auch gerne auf der anderen Seite machen, das ist gar kein Problem, dass man sagt, ja, jetzt hör doch mal auf, immer nur Woke zu kritisieren und so weiter. Du siehst doch, wohin das führt, das ist doch hier übelster rechtspopulistischer Quatsch. So, bin ich absolut dabei. Davon sollte man sich distanzieren, davon sollte man sich abgrenzen, weil wenn ich aus bestimmten Gründen das Gendern ablehne, dann hat das nichts damit zu tun, also dann ist das nicht das Gleiche wie irgendein Rechtspopulist, der rumschreit und sagt, wir müssen alles verbieten. Das ist nicht das Gleiche, auch wenn es für dich vielleicht ähnlich klingt. Und so können wir das auf beiden Seiten spielen. Und dann ist es doch eigentlich nicht mehr so kompliziert, sind wir einfach auf beiden Seiten sowohl kritisch dem anderen gegenüber, aber eben auch selbstkritisch und haben immer einfach noch so einen periferen Blick am Start und zu überlegen, okay, wie könnte das auch klingen, was, oder beziehungsweise, wie sähe die Extremvariante davon aus? Finde ich immer eine spannende Betrachtung, sollte man machen. Aber am Ende, das haben wir auch bei The Voice of Reason ganz häufig gesagt, ich bin ein großer Fan davon, nicht eben dieses Othering zu machen, sondern zu sagen, wo können wir denn den gemeinsamen Kreis drum ziehen? Wo können wir sagen, wo sind wir uns einig? Fragen wir uns doch erst mal darauf, wo stehen wir wirklich beisammen und wo fängt es erst an, dass wir nicht mehr einer Meinung sind? So, und dann, was dann häufig ja fälschlicherweise gemacht wird, ist, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns nicht mehr hundertprozentig übereinstimmen, machen wir so ein Fallback und gehen komplett aufs ganz, ja, und dann musst du ja ganz woanders stehen. Und das finde ich so albern. Das habe ich auch in meiner Sendung bereits gesagt, dass ich das einfach nicht mehr machen möchte. Der Matze hatte mich Anfang des Jahres, also bei Skeptic, hatte mich darauf gebracht, er hatte ein Video gemacht, wo er gesagt hat, okay, wir haben diese Position und dann geht er die Prämissen durch und hat mal gezeigt, wie lange man eigentlich einer Meinung ist und wo es anfängt, wo man dann sagt, ja, sehe ich aber jetzt anders. So, und was dann gemacht wird, ist eben dieses, ja, wenn wir das da anders sehen, dann positioniere ich dich jetzt einfach mal wieder ganz auf der anderen Seite. Und wenn wir das mal lassen würden, dann wäre doch viel gewonnen. Also, von meiner Seite aus steht das Angebot. Mit Blick auf die Uhr. Das heißt, Sinan, ab nächstem Jahr moderieren wir gemeinschaftlich als dann in Summe ein neutrales Duo zwischen den beiden Seiten Talks? Von mir aus gerne. Können wir gerne machen. Also, ich bin immer, lösungsorientiert, ja, also, ich habe kein, ich weiß nicht mal, viele Leute haben ja auch Spaß an, an Streit und so weiter, ja. Hier bin ich. Ja, so, ja gut, wenn er gut ist, dann ja auch, aber viele haben ja auch, muss man leider sagen, auch Spaß an Dreck schmeißen und da bin ich dann raus. Also, Dreck schmeißen habe ich keinen Bock drauf und alles, was konstruktiv ist und was ein konstruktiver Streit ist, da bin ich dabei, auf jeden Fall, weil, wie wir auch schon in den Mailinglisten festgestellt haben, wir können das jetzt noch zwei Jahre Mails gegen hin und her schreiben und sagen, die Wahl war ein Putsch oder die Wahl war keinem Putsch und dann fängt der eine wieder an, ja, das war aber geplant, dann sagt der andere, man konnte das gar nicht planen und so weiter, aber ich weiß gar nicht, was das bringen soll. Ich glaube, ich glaube, dass wir vielleicht wirklich irgendwann nochmal das Angebot machen, so etwas gemeinsam zu moderieren, aber meiner Überzeugung nach muss zunächst die rein persönliche Ebene abgeräumt werden. Ich werde jetzt wirklich keine Namen nennen, weil da viele Leute auch bei sind, die ich echt schätze, wo ich nach wie vor der Meinung bin, setzt euch zusammen und sprecht, tut nicht so, als würden wir über Inhalte sprechen, ihr habt mittlerweile ein Problem miteinander. Geklärt dieses Problem oder, und da meine ich jetzt wirklich niemanden im Speziellen, wenn ihr das Problem miteinander nicht geklärt kriegt, dann geht. Weil ich glaube, dieses Weiterführen von persönlichen Konflikten unter dem Deckmäntelchen von Inhalten ist das Übelste, was man machen kann. Vielleicht bin ich da auch sehr Ruhrpott-Typ, also hier, man sagt sich im Zweifelsfall, Alter, du bist scheiße und dann guckt man, was man daraus macht. Entweder geht man dann, ich sage das genau so, entweder geht man dann irgendwann ein Bier trinken und klärt das oder man geht getrennter Wege. Aber so dieses Tun, als würde es um Inhalte gehen, bringt vor allem die Leute nicht weiter, die wirklich über Inhalte reden wollen. Genau. Und da bin ich vollkommen bei dir. Ich habe da auch gar kein Interesse dran, mich mit irgendwem hier zu zoffen oder so. Ich habe noch den großen Vorteil, ich kenne fast keinen. Ich habe fast noch niemanden persönlich getroffen. Ich kenne Holm nicht, ich kenne Rebecca nicht, ich kenne die alle nicht. Wenn ich die nicht kenne und die mir auch nichts getan haben, dann habe ich auch keinen Hass oder irgendwas dagegen. Also so laufe ich nicht durch die Gegend. Also ich trete nicht nach, ich äußere nicht irgendwelche, weiß nicht, fiesen Sachen oder so. Falls ich das doch mache, hoffe ich, dass man mir das bitte sofort meldet und sagt, hey Sinan, da wirst du aber unsachlich. Dann möchte ich das gerne lassen. Aber grundsätzlich, also ich habe mit keinem Problem. Mir ist das, ich interessiere mich für die Sache, nicht für irgendwelche Privatstreitereien. Schöne Schlusswort. Vielen Dank Sinan. Sehr gerne.